So Leute. Du hast das Eier verstanden. Du machst das auch. Danke. Nein, wir machen kein Feuer hier. Wir gucken noch. Was? Ein Taschenton. Was? Okay, danke schön. Danke schön. Danke schön. Oh. Äh, Digga. Chiara. Chiara. Sie sprechen ja Englisch. Sie sprechen ja Englisch, kein Deutsch. Also Deutsch aber schon nicht gut. Boah, Digga. Da kommt man rein. Ja, naja. Der hat auch zugemauert, ne? Was hat der hier? Junge, da kamen einfach zwei. Aber ist irgendwie auch spannend. Ich kletter da nicht rüber. Ich kletter da nicht rüber. Ich hab... Die Mauer wurde höher gemacht. Ich kann da nicht mehr rüber. Ich geh da nicht rüber wegen meiner Erke. Gehst du rüber? Nein. Ey, komm jetzt. Nein, jetzt komm. Lass mal ein Feuer machen. Lass mal Feuer machen. Boah. Was ist das hier? Das ist das Gebäude, wo wir gerade drin sind. Ja, ja. Lass mal kurz hier hingehen. Hier an der Seite. Nein. Oh. Ja. Oh mein Gott. Soll es um das? Äh, ja. Oh. Loris, was auf! Oh. Oh, Leute. Moris, gönn dir. Na, ja, ja. Junge, da drin könnte man gut jemanden fast stecken. Ja, wie will man da raus kommen wieder? Ist die Frage. Hast du einen iPhone? Ja. Da ist ein Loch, Leute. Wann lassen wir da hin? Junge, hier stinkt das irgendwie nach giftigen Gasen. Was ist das? Oh mein Gott, wo ist es? Darunter? Nein, 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 nein. Du kommst ja nicht hoch. Maurice, man kommt hier raus. Das sind die Wege unter diesen Dingern. Man kommt hier raus. Ich komm nicht mehr raus. Nichts passt schon. Oh, da ist zu. Das ist offen, das ist offen. Hier ist offen. Ne, hier ist zu. Ja, hier ist zu. Die haben es, glaube ich, extra gemacht, damit man hier nicht runter kann. Wie soll das hier einschürzen, Digga? Oh, da ist Strom. Warte mal, wir haben doch Dings gehabt, ne? Projekt Tage. Die sind in dieser Saarlandstraße da. Wo warst du eigentlich? Keine Ahnung. Ja, ich war Büro und bei Herr Dings, aber die sind Internetflüge da. Hier ist ne Tür. Nein, das ist das nicht. Wir sind hinter der Mauer jetzt, Maurice. Ja, und das Gebäude. Wo wir gerade drüber waren. Okay, gut. Jetzt gehen wir hier rein. Irgendeine Scheune oder so. Geh mal weg. Ich fähre auch mal rein. Sie können eigentlich gut pennen, Digga. Hallo, bleiben wir jetzt hier. Autofabrik. Sie meint, das ist Autoreparatur. Ach, Leute. Wenn man da schön rüber guckt, was sieht man da? Junge, ich... Tut immer noch weh? Nee, das tut gar nicht weh. Das tut weh. Oh, Alter. Was war hier? Hauf, mach nicht. Verpiss dich. Na, was habt ihr gemacht? Feuerduscher. Ach, Gott. Nee. Auf, Digga. Auf. Tu weg. Ich will einfach nur sprühen, wenn das geht. Und dann explodiert er in deiner Hand. Dann hast du keine Hand, oder was? Okay. Guck mal hier, Leute. Hier ist ne Regal. Lass mal doch da hinten gehen, komm. Hallo? Ja, die kommen gleich, komm. Wie? Komm, Maurice. Dann kommen wir genießen. Ja, Leute, ihr seht das alle. Altes Fabrikgelände, ne? Wo ist's? Altes Fabrikgelände, ne? Ja. Oh, hier ist alles. Oh, Leute, hier liegen noch... Autostücke. Hier liegen noch Autostücke. Also vom... Lächster. Lächster. Oh, ist das nicht so klar, dass das so... Hä? Na, ich geh da nicht runter. Nein, aber leuchte mal. Oh, das ist interessant. Oh, Leute. Komm mal runter, lass was. Das ist alles nicht... Nee, passt doch. Also eigentlich würde ich da gerne mal runter gucken, aber... Wollen wir? Nee. Oh, ey, ey. Ey, Maurice. Weißt du, was das ist? Was ist unter der Straße? Ja, ich kann das Wort nicht aussprechen. Das ist das, ne? Boah. Oh, Leute, das war's. Und diese Halle. Es gibt noch drei Hallen oder so. Nein, nicht wieder mit... Ah! Maurice, nicht du loslassen, bitte. Nein, komm. Komm, da waren wir schon. Ja, waren wir schon. Aber sie will ihre Hand... Deine Hand waschen? Mit was willst du waschen? Mit Wasser. Das Wasser ist verschmutzt. Danke, Maurice. Oh, Maurice. Guck mal nach oben. Okay, das ist das Gebäude. Ich geh durch. Oh, ich geh durch. Ist da hinten was? Maurice, das reißt. Weißt du, das da oben reißt? Maurice! Na, da ist ein Ausgang. Will das durchkommen? Ja. Oh Gott, da liegt man. Da ist ein Ausgang. Ja, und? Da auch. Oh, Alter. Was ist da oben wohl? Was ist da oben wohl? Lass da liegen. Oh, was war hier denn, Digga? Maurice, was war hier? Oh, das hört mich nicht. Maurice! Was war da? Da ist eine Toilette zersprengt worden. Ja, da hinten war auch eine Badewanne. Sie kommen wo lang? Da rein? Was? Was? Hätt ich doch lieber ein Taschentuch mitnehmen sollen. Schon gruselig, ne? Der Arm ist ja lang. Maurice? Was ist da? Oh, da waren wir, ne? Ja. Nein. Wir waren noch nicht im großen Gebäude. Nein. Wir waren noch nicht im großen Gebäude. Es ist zugewachsen. Wer weiß, was hier passiert ist im Weltkrieg. Ich muss ja echt. Was ist? Bitte, ha? Alles verwachsen hier. Oh, lol. Da oben waren wir. Haben wir leider nicht aufgenommen. Okay, da waren wir auch. Auto. Ah, ne, keine Ahnung. Was für Autodecker? Da liegt ein Fahrrad. Da liegt ein Fahrrad. Umwärts. Das war das Gelände. Was für Autodeckerkrieg. Wo rein? Hier vorne, ne? Ah, das vorne war gar nicht. Hier war 20k. Das Fenster. Lass durchs Fenster kommen. Du Fotze. Tritt mal gegen. Tritt mal gegen. Warte. Hier ist ein Stuhl. Da sind zwei Türen. Drei Türen. Da ist Badezimmer. Die ist nicht zugemaut. Aber hier ist nicht zugemaut. Da ist noch offen. Ey, da ist ein PC. Ich will den haben. Da unten ist ein PC. Lass reinkommen. Gehen. 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 Die Dame will rein. Gehen. Gehen wir rein? Gehen wir rein? Gehen wir rein? Ja. Halt mal kurz. Ich muss aufpassen wegen meiner... ...wegen meiner... ...wegen meiner... ...wegen meiner... Kochst du auch rein? Ah, Digger. Keine Länge. Ich kann da nicht runter wegen meiner Erke. Ich kann da nicht mehr runter. Doch, hier ist ein Stuhl. Ja? Ja. Kommst du auch rein? Ist der Stuhl... ...böckelt der Stuhl? Sprün doch einfach da runter. Nein, ich spring doch einfach da runter. Ich spring doch einfach da runter. Nein, ich spring doch einfach runter. Nein, ich spring doch einfach runter. Ich spring doch runter. Ich spring doch runter. Ich spring doch runter. Gib mal meine Taschenlampe. Ah, die hast du gar nicht. Da sind... ...Stehtoilette. Capi-Tape. Ja. Hier haben wir echt hier gewohnt. Hier haben wir echt hier gewohnt. Da liegen Essensreste, Schuhe, Deckel. Ja, komm her, Digger. Lass mich rausnehmen. Oh. Oh. Wenn da jetzt gleich eine Kakerlatsche drauf ist. Das ist kaputt gemacht. Das war toll gemacht. Leute, meine Schuhe sind offen. Hä? Ja. Ich hab so unsportlich grad, ne? Das ist kaputt. Das ist bitte? Wo? Wir springen das weg. Na ja, ist nicht so spannend. Jetzt ist das Haus hier. Mein Finger wieder. Dann steckst du dir in die Tasche. Das... Zeig mal die Wunde. Wo ist die Wunde? Sag mal, sag mal. Wow, wie soll ich das sehen? Können wir stehen? Ja, der ist klein, aber tief. Das ist klein. Ja, der ist klein, aber tief. Das ist klein, aber tief. Das ist klein, aber tief. Das zieht wieder zusammen. Oh. Das zieht wieder zusammen. Das war's mit dem Video. Das war's mit dem Amor. Das war's mit dem Amor. Wie soll ich das mit dem Amor nehmen? Das war's mit dem Amor. Und das war's mit dem Amor.